schön dass ihr wieder reinschaut bei trick pc heute bei uns msi klatsch gm 50 eine nette kleine gamingmaus für um die 46 euro mit natürlich eine rgb beleuchtung und netten kleinen software dabei was die maus kann und ob die was für euch ist schauen wir uns jetzt an lieferumfang technisch das ganze beschränkt auf die maus und ein kleines handbuch und natürlich auf die nette kartonage die klatsch gm 50 ist dann eine rechtshänder maus eine linkshänder variante gibt es leider nicht sie ist komplett aus schwarzem kunststoff gefertigt und bringt circa 120 gramm auf die waage ist also eine relativ leichte maus sie verfügt dann über sechs auch programmierbare tasten linke rechte maustaste mausrad zwei daumen tasten sowie eine dpi taste zum umschalten auf der oberseite die dpi taste verfügt über fünf profile 400 800 1600 3200 sowie 6400 könnt ihr on the fly also im spiel im windows betrieb dann umschalten ihr könnt das ganze dann auch in der software die kleinen profile nach euren wünschen anpassen software technisch das ganze gelöst könnt ihr euch das gaming center kostenlos auf der msi webseite runterladen ist eine sehr funktionale und übersichtliche software wir haben drei reiter sensor schalter und die rgb beleuchtung bei den schaltern könnt ihr dann wie wir hier sehr schön erkennen können verschiedene funktionen bei den tasten belegen die ihr benötigt oder auch die ihr gerne schnell vorhanden haben möchtet beim sensor könnt ihr zum beispiel eben die dpi profile anpassen als entsprechend auch die polling rate einstellen und bei led erübrigt sich eigentlich könnt ihr die beleuchtung nach euren wünschen anpassen wir haben bei der maus eine drei zonen rgb beleuchtung mausrad das msi gaming drachen logo auf der rückseite und weiter unten auch noch mal diesen beleuchteten zierstreifen da könnt ihr alles mögliche einstellen von pulsen blinken bis hin zu einer festen farbe oder wenn es euch stören sollte auch einfach mal ausschalten auch interessant für den ein oder anderen beim thema beleuchtung wenn ihr weitere msi produkte mit dem mystic light feature habt könnt ihr die maus natürlich auch synchron mit diesen dann regeln die maus selbst verfügt ansonsten über ein zwei meter langes usb kabel das ist einfach ein standardmäßig schwarzes kabel und das teil steckt ihr bei euch dann in ein usb 2.0 oder 3.0 port ein wir haben wie wir das von vielen gaming mäusen kennen auch bei der gm 50 sowohl links als auch rechts eine etwas schraffierte oberfläche allerdings nicht gummiert sondern das ist kunststoff und auf der unterseite auch sehr schön ersichtlich wir haben zwei sehr große glide pads die dann für eine flüssige bedienung der maus sorgen sollen und in der mitte natürlich den pixart pmw 33 30 sensor mit bis zu 7200 dpi das sollte also für jeden dann die richtige dpi stufe dabei sein dann kommen wir zum praxisteil der klatsch gm 50 aus dem hause msi wie angesprochen es ist eine sehr leichte maus ich persönlich habe eigentlich eher mit schweren mäusen bis jetzt gearbeitet daher war ich da etwas skeptisch zu unrecht wie sich rausgestellt hat denn ich habe mir der maus hier wirklich sehr viel spaß gehabt sowohl beim arbeiten als auch beim gaming hat mir das handling sehr gut zugesagt das liegt zum einen am netten druckpunkt aller tasten das betrifft auch die daumentasten also vom allgemeinen handling her ihr könnt die maus problemlos per claw grip oder auch per palm grip nutzen in meinem fall auch mit etwas größeren hätten gar nicht das thema die beiden glide pads auf der unterseite machen einen sehr guten job vor allen dingen auf nylon mauspads oder auch einfach auf einem holztisch gibt es da wirklich nichts daran auszusetzen das gleitet fast so gut dass ihr schon aufpassen müsst dass euch die maus da nicht abhaut dasselbe gilt auch für den sensor der verbaut ist der macht auch auf diesen materialien einen sehr guten job dabei spielt es keine rolle ob ihr ein hitziges gefecht spielt ein nettes echtzeitstrategie spiel oder vielleicht auch einfach nur entspannt ein bisschen was arbeitet auch software noch ein gutes stichwort wenn wir beim praxisteil sind es ist eine sehr übersichtliche und sehr funktionale software wo sich auch einsteiger ganz problemlos zurechtfinden ohne dass es sich von dem ganzen funktionsumfang erschlagen fühlen das für dich ist eine wichtige sache auch gerade wenn man sich vielleicht das erste mal ein bisschen mit gaming mäusen beschäftigt auch eine sehr schöne funktion die dpi taste in verbindung mit dem mausrad könnt ihr dann dafür nutzen dass er zwischen den rgb effekten durchschaltet sprich ihr könnt die maus vielleicht auch ganz ohne software nutzen wenn ihr den ganzen umfang nicht braucht allerdings ist es natürlich immer nett wenn man eine dabei hat die msi klatsch gm 50 hinterlässt bei unserem test einen hervorragenden rundum eindruck hochwertig verarbeitet schönes handling gute gleiteigenschaften ausreichend langes kabel eine nette rgb beleuchtung ist auch dabei ihr habt eine sinnvolle und leicht zu bedienende software mit allen grundlegenden funktionen die man so braucht und das ganze für 46 euro was gibt es da eigentlich groß zu meckern nun die maus gibt es leider nicht für linkshänder das ist auch so ein kritikpunkt von unserer seite aber ansonsten ihr seid rechtshänder sucht neue gaming maus und wollt unter 50 euro bleiben dann könnt ihr mal einen blick auf die gm 50 aus dem hause msi werfen aber jetzt seid ihr noch gefragt wie sieht's bei euch aus habt ihr die maus zu hause habt ihr fragen einregungen oder kritik dann nutzt wie immer sehr gerne die kommentarfunktion unter diesem video und ich bedanke mich herzlich dass ihr bei uns reingeschaut habt und ihr wisst wenn euch unsere arbeit gefällt freuen wir uns sehr wenn uns ein abo oder lasten daumen nach oben und die glocke aktivierten dann verpasst ihr keines mehr unsere testvideos und dann sehen wir uns hier beim nächsten mal bei tv pc einfach wieder